Wir brauchen einen Aufbruch für Deutschland, wir brauchen einen Regierungswechsel und wir wollen eine von der SPD geführte Regierung. Schön, dass Sie alle da sind. Deshalb ist das, was hier passiert ist, ein gutes Zeichen für die Demokratie in Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, Sie wählen am 26. September die neue Regierung. Wer will, dass ich der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werde, der muss auch seine beiden Kreuze am Sonntag bei der SPD machen. Schönen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.